Hallo zusammen, Robin hier. Willkommen zur fünften Folge meiner Serie und vergiss nicht, dir die Playlist mit allen Folgen hier oben anzusehen. In dieser Folge schauen wir uns ein lang erwartetes Feature an. Hast du dich schon einmal darüber geärgert, dass du die Namen deiner Effekte nicht anpassen kannst? Du weißt schon, die Farbkorrektur Stapel, die nur Farbkorrektur 1, 2, 3 heißen. Ja, ich auch. Aber weißt du was? Ab der Version 10.8 können wir sie endlich umbenennen. Lass uns eintauchen und herausfinden, wie wir damit unsere Effekte jetzt ordentlich und übersichtlich halten können. Außerdem verrate ich dir wieder ein paar meiner kleinen Power User Tipps, die du sicher nirgendwo anders finden wirst. Bist du bereit? Schauen wir rein. Wie du vielleicht bemerkt haben wirst, Tracker zum Beispiel, konnten schon immer umbenannt werden, aber Effekte, zu denen natürlich auch Farbkorrekturfilter gehören, nicht. Wenn du also schon mal einen Haufen Effekte hattest, zum Beispiel einen Stapel an Farbkorrekturen wie diesen, gab es keine Möglichkeit sie zu kennzeichnen, wenn es sich zum Beispiel nur um Teilkorrekturen handelte oder wenn vielleicht ein oder mehrere Effekte mit einem Tracker verbunden waren. Aber ab Version 10.8 kannst du genau das tun. Wenn du bisher zum Beispiel auf den Namen einer Farbkorrektur doppelt geklickt oder auf das Symbol rechts daneben geklickt hast, hast du damit das Informationsfenster für Farbe geöffnet, um es anzupassen. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel eine Basisfarbkorrektur mit dem neuen verbesserten Farbanpassungsfilter und weitere Farbkorrekturen habe, die mir den gewünschten Look verleihen, kann ich die Namen so ändern, dass sie das auch wieder spiegeln, damit ich auf einen Blick sehen kann, was die einzelnen Effekte bewirken. Und wie so oft kann ich das auf verschiedene Arten tun. Die naheliegendste und einfachste ist wahrscheinlich, dass ich einfach auf den Namen in der Liste doppelklicke. Dadurch wird nicht mehr zum Informationsfenster für Farbe gewechselt, sondern der Name wird ausgewählt. Oder ich klicke mit der rechten Maustaste auf den Effekt und wähle Umbenennen aus dem Menü. Oder ich klicke auf das Menü ganz rechts neben dem Namen und wähle hier Umbenennen. Nachdem ich einen der zuvor genannten Schritte durchgeführt habe, kann ich einfach den Namen eingeben, den ich möchte. Also nenne ich die erste Basiskorrektur. Dann doppelklicke ich auf die zweite, die eine Farbmaske ist, um den Himmel zu verbessern und nenne sie Himmelblau. Und dann nenne ich die letzte Hycon Look. Übrigens kannst du bei einem Farbkorrekturfilter genau das gleiche auch in dessen Informationsfenster tun. Das gleiche gilt natürlich auch für jeden anderen Effekt. Ich habe zum Beispiel auf verschiedenen Personen in dieser Szene den gleichen Verpixelungseffekt getrackt. Natürlich nur zu Demonstrationszwecken, denn im Kontext eines Musikvideos wie diesem würde das keinen Sinn machen. Und wenn du sowas mit mehreren Personen gleichzeitig machst, kannst du leicht den Überblick verlieren, welcher Effekt für welche Person ist. Dann musst du jeden Effekt ein- und ausschalten oder in diesem Fall ihre Masken aktivieren, um zu sehen, wer wer ist, was alles andere als effizient ist. Vor allem, wenn du immer wieder darauf zurückkommen musst, um Anpassungen vorzunehmen. Nun, das hat ein Ende. Sobald ich den Effekt angewendet habe, kann ich einfach zurückgehen und wie bei den Farbkorrekturfiltern vorgehen. Nachdem ich herausgefunden der Name welcher welcher ist, kann ich ihn zum Beispiel nach demjenigen umbenennen, nach dem er angewendet wurde. Super nützlich! Ok, jetzt hast du also alles umbenannt und vielleicht willst du dir später alle Effekte, die du verwendet hast, notieren, zum Beispiel für die Archivierung. Oder vielleicht geht der Effekt aus irgendeinem Grund verloren, aber du kannst dich nicht mehr genau erinnern, welcher Effekt es war, wenn du ihn dir ansiehst. Nun, um den ursprünglichen Namen herauszufinden, gibt es wieder ein paar Möglichkeiten. Klicke einfach mit der rechten Maustaste auf den Effekt, den du umbenannt hast, und wähle Namen zurücksetzen. Damit wird der benutzerdefinierte Name wieder auf den ursprünglichen Namen des Effekts zurückgesetzt. Aber, als kleiner Power-User-Tipp von mir, du musst den Namen gar nicht zwingend zurücksetzen, um es herauszufinden. Denn wenn ein Effekt umbenannt wurde und du mit der Maus kurz darüber stehen bleibst, erscheint ein Hilfetext, der dir sagt, wie der ursprüngliche Name lautete. Ziemlich clever, oder? Und zu guter Letzt weißt du wahrscheinlich, dass du Effekte von einem Clip auf einen anderen Clip oder andere Clips kopieren kannst, indem du sie kopierst und dann entweder den Befehl Effekte einsetzen oder sogar Attribute einsetzen verwendest. Aber bei Effekte einsetzen kannst du nicht auswählen, welche Effekte du einsetzen willst, falls du nicht alle einsetzen willst. Und bei Attribute einsetzen öffnet sich ein Fenster, in dem du an- und abwählen musst, was du willst oder nicht willst. Wenn ich aber mit Final Cut 10.8 oder höher zum Beispiel einen der Effekte von diesem Clip auf diesen anderen kopieren möchte, weil sie praktisch gleich sind und ich die gleichen Farbkorrekturen haben möchte, kann ich zweierlei Dinge tun. Ich kann den Clip in meiner Timeline auswählen, auf den mindestens ein Video-Effekt angewendet wurde und das Video-Informationsfenster öffnen. Jetzt kann ich einen Effekt im Informationsfenster auswählen, indem ich auf den grauen Balken am oberen Rand des Effekts klicke oder ich wähle mehrere Effekte aus, indem ich mit gedrückter Command-Taste auf sie klicke und kann den Effekt oder die Effekte einfach auf einen anderen Clip in der Timeline ziehen. Damit sind die Effekte kopiert worden. Das mache ich mal rückgängig, denn ich kann auch die Abspielposition über den Clip in der Timeline bewegen, in dem ich meine Effekte kopieren möchte, damit er im Viewer erscheint. Und wenn ich jetzt den Clip, von dem ich kopieren möchte, auswähle, kann ich den Effekt oder die Effekte aus dem Informationsfenster in den Viewer ziehen. Der Effekt wird kopiert, wobei alle Einstellungen des ursprünglichen Effekts beibehalten werden. Man sollte übrigens auch bedenken, dass alle Keyframes, die der ursprüngliche Effekt hatte, ebenfalls kopiert werden. Eine wirklich tolle und schnelle Möglichkeit, einen Effekt oder eine Auswahl von Effekten von einem Clip in einen anderen zu kopieren, ohne viel herumzuklicken. Toll! Na also, da hast du es! Das ist die lang erwartete Funktion für Final Cut Pro 10.8, die noch mehr Organisation in unsere Projekte bringt. Ich hoffe, diese Tipps waren hilfreich und haben dir geholfen, das Beste aus der Funktion herauszuholen. Wenn du Fragen hast oder deine eigenen Tipps mit uns teilen möchtest, schreibe sie einfach unten in die Kommentare. Ich würde mich freuen, von dir zu hören. Vergiss nicht, dieses Video zu liken, wenn du es nützlich fandest und abonniere den Kanal für weitere Tutorials und Einblicke in Final Cut Pro. Deine Unterstützung hilft dem Kanal weiter zu wachsen. Und falls du es noch nicht getan hast, schau dir das vorherige Video dieser Serie über die erweiterten Suchoptionen in der Timeline an oder das nächste Video mit interessanten Einblicken in die Arbeitsläufe in Compressor und Final Cut Pro für die räumlichen Videos. Danke fürs Zuschauen, danke für deine Unterstützung und bis zum nächsten Mal. Macht's gut!